Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 13.07.2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1224. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Public Beta, Build in Build, Google One, Nothing Phone, Nokia, Peloton und Spotify. Ich starte gleich mit Apple, nämlich mit iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, TVOS 16 und auch der HomePod, keine Ahnung welche Version, denn die ist jetzt alles in die Public Beta gerutscht. Was heisst das für euch? Für all diejenigen, die keinen Entwickler-Account haben, die dürfen jetzt auch. Wenn sie dann möchten, bitte denkt vorab am Backup, bitte tut es nicht, wenn ihr nicht ein Zweitgerät habt, auf dem ihr das installieren könnt. Bitte nicht auf dem Hauptgerät und denkt daran, ihr könnt damit Dinge zerschiessen, die ihr vielleicht irgendwann mal bereut. Aber das habe ich schon mehrfach gesagt, deshalb Backup und bitte, bitte, genau. YouTube, endlich, Bild in Bild, ausgerollt, für alle, offiziell, jetzt, aber nein, doch wieder nicht. Es ist kompliziert mit diesem Google. Zumindest werden wir jetzt mal, oder wir, ja alle ausserhalb der USA, benachteiligt. Alles von Anfang an und in kurz. YouTube rollt die Bild in Bild Funktion, an der sie seit gefühlt drei Jahren, es ist glaube ich drei Vierteljahr, rumdocken wie blöde und es mal rausbringen, dann wieder nicht, dann wieder nur für die, dann wieder nur für das und dann wieder nur auf der Plattform und dann da wieder raus und dann unterdrücken sie das noch und so weiter. Nun ist es endlich draussen, es können es alle nutzen. In Klammer auf, den USA zumindest, aber auch nur dann nicht, wenn man keine Musik hört. Also Musikvideos, damit funktioniert es nicht. Normale Videos schon. Wo es aber nicht funktioniert, ist ausserhalb der USA. Ausser man hat ein Premium-Abo von YouTube und dann eben auch nur nicht mit der Musik. Und es ist einfach kompliziert. Warum nur YouTube? Ihr könntet die Verweildauer eurer Plattform deutlich steigern. Ich wäre viel mehr auf YouTube drauf, wenn ich das könnte nebenbei auf meinem iPhone geöffnet haben, nebenbei auf meinem Android geöffnet haben, währenddem ich andere Dinge am Smartphone tue. Aber ihr unterbindet das und somit selber schuld. Bin ich weniger auf YouTube. Somit wahrscheinlich auch die Zuschauer meines Kanals. Aber bitte öffnet das YouTube irgendwie. Google One, auch ein Dienst von Microsoft, genau von Google, hat neue Premium-Funktionen bekommen. Für Privatnutzer. Ich spreche nicht von der Business-Version, sondern wie gesagt von Privatnutzen. Wer Google One nutzt und da Geld in die Richtung wirft, nicht für das Basic-Modell, nicht für das Standard-Modell, sondern für die Premium-Funktion, der bekommt neben den ganzen speziellen Tools, Filters für Google Fotos, auch die VPN-Dienstangebote und auch Änderungen oder sprich im Workspace-Bereich. Damit kann man die Funktionen jetzt auch nutzen. Plus, man kommt für Google Meet mehr als die knapp eine Stunde, die man sonst bekommt, zum Videotelefonieren. All das zumindest auch wieder begrenzt. Aktuell in USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Japan und Australien. Also bei uns nicht. Aber es sollen noch weitere Länder folgen. Eins nach dem anderen. Dann geht es weiter. Gestern war er da. Ja, der scheibchenweise Vorstellungsprozess hat ein Ende gefunden. Das Nothing Phone 1 wurde präsentiert. Um 5 Uhr ging es los. Knapp 33 Minuten mit ein bisschen quietschendem Mikrofon. Aber mal eine ganz andere Geschichte. Nicht eine grosse Bühnenshow, wo man dann die Specs und alles möglich gezeigt hat. Sondern der junge Herr sass direkt einem kleinen Kino und hat ein bisschen was darüber erzählt. Gefilmt wurde das natürlich von einem Nothing Phone und somit dann auch gerade gezeigt, was das Telefon kann und oder eben auch nicht. Man hat ein bisschen gezeigt, weshalb das hinten blinkt und warum das so cool ist. Wussten wir eigentlich alles schon. Aber man hat auch gezeigt, dass da noch mehr möglich sein könnte. Man will da auf die Community hören und dann auch ein bisschen was nachlegen. Später wurden noch einzelne Menschen, die vor Ort an diesem Event waren, in dieser kleinen Halle, befragt und gefragt, was sie davon halten etc. Das war es dann aber auch schon. Es gab nicht die grosse weitere zusätzliche Enthüllung. Nein, es ist halt jetzt einfach da, dieses Nothing Phone 1. Jetzt müssen wir nur noch testen können und sich selber eine Meinung bilden. Mal schauen, was sich da ermöglichen lässt. Weiter geht's mit Nokia. Die haben drei neue Smartphones vorgestellt. Gerade gestern hatten wir sie mit einer Klage im Podcast. Heute kommen neue Telefone. Und nein, es sind nicht Smartphones. Es sind Handys. Es sind Feature-Phones. Dumme alte, in Anführungsschlusszeichen, dumme alte LTE-Telefone. Und da kommt jetzt das Herz in ein vielen von uns wahrscheinlich hervor. Das 8210 hat ein Revival und zwar in der 4G-Version. Es gibt das 2660 Flip, ein Klapptelefon. Und das 5710 Express Audio, ein Feature-Phone mit integrierten True Wireless Kopfhörern. Also so kleine Knubbels, die man sich dann in die Ohren stopseln kann. Und wenn man sie nicht braucht und aufladen möchte, einfach im Telefon verschwinden lassen kann. Allesamt spannende Geräte. Wenn man dann sowas in der Richtung braucht, sei es für Digital Detox oder einfach als Zweitelefon. Oder einfach um die Möglichkeit zu haben, erreichbar zu sein, ohne gerade eben das gesamte Paket mitzuschleppen. Weiter gibt es Neuigkeiten von Peloton, dem Fitness-Gadget-Herbieter, der kein Fitness-Gadget-Hersteller mehr ist. Denn das lagern sie jetzt aus. Die Produktion und der Vertrieb von der Hardware, die geht an den taiwanesischen Hersteller Rexon. Der fertigt sonst schon Fitness-Gadgets und Produkte. Und somit kann man natürlich von Pelotons Seite her einiges sparen. Man hat keine Lagerkosten mehr etc. Man kann sich da ein bisschen gesund sparen und das ist vielleicht nicht die dümmste Idee, da es Peloton ja schon seit Längerem nicht mehr ganz so gut gibt. Aktuell ca. 7 Millionen Mitglieder. Somit kann man sich auf den Content und auf die Abos konzentrieren und da deutlich mehr Gas geben. Ich hoffe für Peloton, dass sie den Wandel schaffen werden und bin gespannt, wo sich das noch hinbewegen wird. Leider haben sie sich nie bis in die Schweiz bewegen lassen. Somit konnte ich sie auch nie wirklich ausgiebig testen. Dann geht es weiter mit Spotify. Und die bieten jetzt eine Funktion, die sie schon länger in anderen Ländern geboten haben. Jetzt auch für Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Brasilien und Mexiko an. Und worum geht es? Es geht um Video-Podcasting. Wer also sein Audio-Podcast und Bewegtbild ergänzen möchte, kann das nun in Spotify tun. Das bleibt dann aber auch da drin und dann ist es eine reine Spotify-Show. Ihr wisst, was ich davon halte. Man kann es machen, muss es aber nicht. Mehr Podcasts ist immer gut. In diesem Sinne, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.